Wie findest du das? Ich weiß nicht, wenn jemand das Spiel annehmen würde, würde ich es wissen, aber das macht ja keiner! Hast du Escape from Tarkov gespielt? Nee. Escape from Walker? Aber das werde ich vielleicht mal ausprobieren. Das Spiel spielt Kalle jeden Tag, wenn ich auf Arbeit bin. Das heißt, we never gonna die. Okay? Kalle! What the fuck? Was war das, Alter? Bibi 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 bbn! Den Wäden so krass, dass man intet in Wäden auch mal Oh, der Ehre into telling me, telling me softly! wow es hat getroffen wahrscheinlich knighted aber ist okay ist alles gut tschub 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 bomb bomb so nunu macht spaß ich kann ich bin ich bin ich komme nicht mehr raus dieses teil ist so groß also du bist halt der dümmste mensch der welt ist einfach nur verlogen bist du bist so leid ich kriege ihn halt nie daumen du willst da rein das war einfach nicht für den drake ist einfach so dumm blut 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 ja ich hoffe was was Alter, das ist nicht wahr! Wie hat sie dich noch bekommen, Alter? Fuckwave. Oh shit. Ich hab einfach so krass gechased. Aber wir gewinnen einfach ohne Vayne. Ich weiß gar nicht, wie wir das gewinnen, aber das ist Renekton, glaube ich. Aber Nasus ist halt ein bisschen besser als Renekton, oder? Ich sehe sie, Alter. Wir töten hier alle. Wir töten wirklich alle, ne? Ich hab hier einfach vier Leute gerade getötet. Und ich war völlig useless. Also wirklich... Diese Shopeave, die nutzt mich halt. Rain! 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 I can't even push. Alter, wie viel Schade in die Macht war mit dem Wage Splat. Also ist sie gerade am Flame, dass wir Baron kriegen? Ja. Immer wenn ich Stundenlas habe... Du musst jetzt echt auf die Zwei legen, ne? Das läuft besser. Alter, wie ich hier... Wie ich rauskomme? Oh no. Oh no! Hä? Alter, was passiert da? Okay, wir töten einfach. Mega Powerplay! Juhu! Oh leu, ihr seid beide gleichzeitig explodiert. Alter! Der Stunt von der Nico Olds hat sie getötet. Insane immer mal. Ahhhh! Zeuggera